Willkommen bei profischnapp.de hier in Impfingen. Ein Schnäckchen wiederum von Schillig habe ich für Sie. Und zwar die Garnitur Softie Plus 12311. Als Kombi zweiteilig mit Longchair in Leder Z62 15 Rouge. Warum das Leder Rouge heißt, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht ist auch das der Grund, dass der Kunde das storniert hat. Weil das Leder würde ich als Lachsfarben bezeichnen. Sehr schöner, modischer Ton, der natürlich auch ein bisschen weiblich verspielt aussieht. Nun Softie Plus hat den Namen nicht zu Unrecht. Übrigens diese Kissen können Sie extra bei uns erwerben. Von einem tollen Posten von einem Vorlieferat von Ewald Schillig. Nur 19 Euro mit Versand. Softie Plus ist soft gepolstert. Ich sitze richtig drin, nicht drauf. Ich habe hier Armteilkissen, die auch dabei sind. So habe ich mehr Platz. Und ich habe hier eine Kopfteilverstellung für echten Hochlinkenkomfort. Die Grube sieht aber, wenn das Kopfteil unten ist, meines Erachtens besser aus. Ich habe hier ein Longchair, welches eine noch höhere Bequemlichkeit bietet. Jetzt würde ich es eher ein bisschen runter machen. Softie Plus bietet auf wenig Raum Platz für zwei, drei Leute. Zwei zum Liegen, drei, vier zum Sitzen. Softie ist was für Leute, die es modisch mögen, die die Farbe mögen, die es ein bisschen ausgefallen mögen. Das kann dynamische Formgebung, Stöckelfüße in verchromt. Alles ein bisschen, ja, sehr warm, sehr weich und sehr ästhetisch. Ich empfehle Ihnen Softie Plus, wenn das auf Sie zutrifft. Wir verkaufen dieses Stück jetzt, weil eben es ein Kundenstörner ist, original verpackt bei uns angekommen. Für nur 2.290 Euro plus für Sand Softie Plus, ein Schnäppchen für Sie. Kommen Sie doch mal vorbei in Empfingen, würde mich freuen. Dankeschön und tschüss. Ihr Lutz Reinhardt.